Hallo liebe Freunde der Neugier, ich bin heute mal wieder bei Jan Philipp zu Gast und der wollte mir was zeigen, irgendwie eine Wette oder was, die man immer gewinnen kann oder auf jeden Fall hat das auch was mit Chemie zu tun und ich bin gespannt, los geht's. So, lieber Schlaumacher, du schlauer Fuchs, du. Hier ist ein handelsüblicher Faden, Schnur, Paketband, Rostkottel, sagt man dazu, wo ich herkomme. Gesundheit. Bitte. Hier ist ein handelsüblicher Eiswürfel. Deine Aufgabe, du sollst mit diesem, mithilfe dieses Fadens, diesen Eiswürfel hochheben. Allerdings ohne, also du darfst den Faden anfassen, aber nicht den Eiswürfel. Go. Haha, Opfer. Challenge accepted. Cherry, Cherry, Lady. Nah. 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 Ah. Never say that. Tja, wie bei allem im Leben gibt's da natürlich einen Trick. Nämlich, ihr legt den Faden schön hier auf euren Eiswürfel oben drauf. Dann kommt eine geheime Zutat, nämlich Salz. Salz. Voll geheim. Ihr salzt den Eiswürfel ordentlich ein. Und das Geheimnis ist, dass Salz benötigt, damit es, Salz und Eis verträgt sich ja nicht so besonders gut. Und damit das Salz das Eis lösen kann, benötigt es etwas Energie. Diese Energie kommt unter anderem aus der Umgebung und das Ganze kühlt sich etwas ab. Die Schnur hat sich voll Wasser gesogen und dieses Wasser friert am Eiswürfel fest und ihr könnt den Eiswürfel jetzt einfach anheben, ohne eure Finger zu benutzen. Hält auch fast die ganze Zeit. Ja, also... Also war jetzt auch der Belastungstest. Wollte schon sagen, ihr sollt damit ja keine Leute erschlagen, sondern ihr sollt... Also wenn ihr mal eine echt coole Kette braucht für den Abend, dann... Wollte schon sagen. Geht das damit aus. Ziemlich, ziemlich exklusives Teil auch. Und jeder denkt, es wird fetter Diamant. Man muss das hier so ein bisschen andrücken. Kurz warten. Ich glaube, dass... Und es geht nicht. Funktioniert nur beim ersten Versuch natürlich. Funktioniert eigentlich auch mehrmals. Obwohl, nee, dann ist das Wasser wahrscheinlich... Zu salzig schon. Salzig schon. Funktioniert nur beim ersten Mal. Jo, auf jeden Fall. Lustige Sache, kann jeder mal zu Hause ausprobieren. Selbst braucht man nur einen Faden, einen Eiswürfel und Salz. Wir hatten das vorher nochmal mit so einem anderen Faden ausprobiert, wo der so ein bisschen aus Plastik war. Ist am besten eher so eine Naturschnur zu nehmen. Mit so... Die bappt sich eher fest als diese Plastik-Schnur. Oder einen Bindfaden. Genau, oder einen Bindfaden. Also irgendwas, das so sehr fein ist auch. Ja, dann vielen Dank für diesen witzigen Trick. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und weitere Videos, auch mit Jens Philipp, mit anderen Versuchen, sind oben in der Infobubble verlinkt. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Salz! Als Chemiker-Regel, viel hilft viel. Nee, geht nicht. Oh. Verdammt. Ich schreibe das raus, dann später. Und Schnitt! Oh, das tut so weh. Warum tut das so weh? Ich habe keine Ahnung. Oh, es tut weh. Es beißt. Oh. What? Ah, es tut so weh. Ah, es tut was weh.